Hallo meine Lieben, wir starten direkt mit unserer Entwicklung. Wie geht es denn weiter für uns? Was kann sich denn für uns so alles ergeben? Der eigene Weg, die eigene Entwicklung. Wie werden wir uns immer bewusster? Was dürfen wir lernen in der Schule des Lebens? So, ich soll es heute jetzt mal anders machen, das ist ja spannend. Okay, lauter neue Sachen heute. Ungewöhnlich, ungewöhnlich, ungewöhnlich. Heute ist offensichtlich durcheinander. Tag in der geistigen Welt oder Neustag. Zeit für Neustag. Da kommen jetzt die Karten vom Golden Wheel Tarot. Also ich solle sie nicht fliegen lassen, sondern ich soll mischen und dann abheben. So, unser Stern, der uns den Weg zeigt, der sich für uns für die nächsten vier bis sechs Wochen ergeben könnte, sofern wir offen dafür sind. Es ist natürlich immer so die Entscheidung, was machst du draus? Wie bist du offen dafür? Wie lässt du es zu? Oder wie verneinst du etwas? So, das ist mal ein Start. Das Ast der Stäbe, also uns stehen hier für unsere persönliche Entwicklung und Reifung, für unsere Erweiterung unseres Bewusstseins, unglaublich kreative, feurige Energien zur Verfügung, die uns in unserem Wachstum sehr stark unterstützen können und fördern können. Hier kann also wirklich ein großer Wachstumsschub stattfinden. Hier ist ein Quantensprung möglich in deiner persönlichen Entwicklung, in deiner Reifung, in deinem Bewusstsein, wie du Erkenntnisse gewinnst. Super, super, super. Das ist tatsächlich auch im Monatsenergie-Video schon durchgekommen in den Energiebotschaften. Also schau dir gerne auch das Video an. Meine Lieben, das Ast der Stäbe in doppelter Ausführung. Du kannst hier einen Sprung machen in deiner geistigen Entwicklung, in deiner spirituellen Entwicklung, in deinem Bewusstsein, in deiner Bewusstseinserweiterung. Du kannst hier Erkenntnisse gewinnen, die alles bisherige in deinem Leben in den Schatten stellen. Man könnte auch sagen, wirklich, du kannst hier einen ultimativen Quantensprung machen, der so in diesem Ausmaß, in dieser Ausprägung, in dieser Intensität in deinem Leben vielleicht nie wieder stattfindet. Das kann eine einmalige Geschichte sein, aber es kann das Highlight schlechthin sein. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Völlig irre. Und wir haben hier in der nachfolgenden Energie die vier Kelche. Das heißt, es ist bezeichnend, dass ich dieses Kartenblatt nehmen sollte. Ihr kennt das vielleicht. Bei ganz vielen anderen Decks schaut dieser Mensch auf die drei Kelche und sieht nicht, dass er einen vierten Kelch gereicht bekommt. Also das ist ein Mensch, der nicht merkt, wie er weitere Fülle in seinem Leben einfließen lassen kann, darf, wie er weitere Geschenke bekommt. Und er hier, er sieht es. Er hat das Auge auf diesen vierten Kelch. Das heißt, du kannst dir hier bewusst werden über die Fülle, die du in deinem Leben hast. Über die Freude, über die Lebenskraft, die Lebensenergie. Dein Erfahrungsreichtum, deine Schätze der Vergangenheit, was du alles erleben durftest, welche Erkenntnisse du daraus gewinnen konntest, all die schönen Dinge, die du in deinem Leben schon hattest, dessen bist du dir bewusst und du weißt und du siehst und du bist dir darüber bewusst, dass du immer mehr Geschenke bekommst vom Leben, von den Menschen um dich herum, von den Situationen. Es bereichert dich immer weiter und du siehst das hier. Du bist dir darüber im Klaren. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Die drei der Kelche. Die vier der Kelche. Die drei der Kelche. Es ist eine Zeit, wo du feiern kannst. Wo du genießen kannst. Wo du voller Lebensfreude, voller Vergnügen, Spaß, Heiterkeit, Leichtigkeit, all die Fülle in deinem Leben feiern und genießen kannst. Für dich selbst, aber auch sehr wohl in der Gemeinschaft mit anderen. Lebe deine Träume, träume dein Leben und manifestiere es so, wie du es dir wünschst. Liebe dein Leben und lebe deine Liebe. Auch das ist hier das Motto. Ich werde verrückt. Was gibt denn das für einen hammergeilen September? Also ihr wisst ja, das Kartenblatt gilt für vier bis sechs Wochen, unabhängig davon, auch wenn du das erst in einem halben Jahr siehst. Aber legen tu ich es jetzt und wir gehen in die Energie des Septembers rein. September 23. Für dich persönlich kann es halt eben sein, dass die Energie erst in einem halben Jahr stimmt und so eintrifft in dein Leben. Aber das ist brachial, das ist brachial. Leute, der September, das wird der höchstspirituellste, lebensbejahendste, lebendigste, wachstumsreichste, kreativste Monat überhaupt, wo am meisten möglich ist. Alles ist möglich. Es ist alles möglich im September. Jawohl. Und hier kommt der Narr. Auch den haben wir in der Monatsbotschaft mit drin. Leichtigkeit. Es darf alles leicht gehen. Egal, wie es im Außen scheint, dass etwas schwer ist, zäh ist. Es darf mit Leichtigkeit gehen. Du darfst es mit Leichtigkeit bewältigen. Mit einer gewissen spielerischen Art. Wie ein Kind, unbedarft, voller Heiterkeit. Eine klitzekleine, gesunde Portion Naivität darf hier mit reinspielen. Ja, 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 ja. Uah, ist das geil. Ist das geil. Und der Page der Schwerter unterstützt dich hier, dass du klare Entscheidungen treffen kannst, dass du klare Gedanken fassen kannst. In diesem ganzen Wahnsinnsfeld voller brodelnder Lebenslust, voller kreativer Lebenskraft, die sich hier Bahn bricht, die regelrecht explodiert und auch chaotische Zustände unter Umständen mit sich bringt. Denn aus dem Chaos heraus kreiert sich das Leben neu, kommt das Neue aufgesprungen und fängt das Wachsen an. Da darfst du den kühlen Kopf behalten, damit du klare Entscheidungen treffen kannst und damit du klar denken kannst, damit du klare Schritte als nächstes festlegen kannst. Diese Energie unterstützt dich da wundervoll, damit du in dem Chaos nicht versumpfst, sondern damit du da klar, straight durchkommst. Und es zeigt sich, dass Ast der Münzen, also göttlich geführt, geht es für dich in deinen absoluten Selbstwert. Quantensprung. Waren wir nicht schon beim Quantensprung oder war das die andere Legung? Doch, waren wir. Wir waren hier beim Quantensprung. Also alle Legungen sind eigentlich übergreifend dieses Mal. Stimmig, stimmig, stimmig. Du kannst dir genauso gut die Liebeslegung anschauen, wenn du möchtest. Zumal es da auch nicht nur um Partnerschaft geht, sondern auch um deine Liebe, die du zu allen Menschen fließen lassen kannst. Also, du hast hier den Hirsch. Das Geweil des Hirsches ist nach oben geöffnet, weil er damit jederzeit die göttliche Energie des gesamten Universums, das Licht, aufnehmen kann, wie in einer großen Schale und in sich hineinfließen lassen kann. Du hast hier die Chance auf das größtmögliche Wachstum in deinen absoluten Selbstwert zu kommen, zu erkennen, wie wertvoll du bist, was für ein wunderbarer Seelendiamant du bist, wie einmalig du bist, wie du die Menschheit und alle anderen um dich herum bereicherst und beschenkst mit deinem Sein. Und du darfst erkennen, dass es tatsächlich auch reicht, wenn du bist. Du darfst ins pure Sein gehen. Du kommst raus aus dem Konzept, dass du Leistung bringen musst. Du kommst raus aus dem Konzept, dass du irgendwas tun musst, damit du anderen gefällst oder damit andere dich mögen. Du erkennst für dich, dass du liebenswert bist, wertvoll bist. Du bist ein göttlicher, glitzernder Seelendiamant. Das wird dir hier als Erkenntnis zuteilen. Es wird dir die Erkenntnis geschenkt. Und es bringt dich in die Energie des Ritters der Schwerter. Das heißt, du wirst hier mit einer neuen Entschlusskraft Meister deines Geistes in dem Bewusstsein, dass du ein klarer, brillanter Verstand und Geist auch bist, der aus seiner geistigen Qualität heraus sein komplettes Leben erschaffen kann, wie er es sich erträumt. Strömst du voran, stürmst du voran mit diesem Wissen, mit dieser Energie. Du wirst dir hier deiner geistigen Qualitäten bewusst. Du wirst dir hier darüber bewusst, dass du auch ein hochgeistiges Wesen bist, mit der Schöpferkraft in dir, dein Leben in Visionen und Manifestationen so zu kreieren, wie du aus deiner Tiefe heraus tatsächlich allumfassend leben möchtest und sein möchtest. Auch wo du leben möchtest. Und mit dieser geistigen Klarheit gehst du voran, stürmst du voran, gehst du vorwärts. Packst du deine Dinge an. Boah, ist das geil. Yes. Ich kriege mich nicht mehr ein, Leute. Das ist der Hammer. Ruhne. Wirke deine Zauber, wirke deine Wacht. Welche Ruhne unterstützt deinen spirituellen Entwicklungsweg? Besser kann es nicht sein. Alges. Der göttliche Schutz, die göttliche Energie pur. Die reine göttliche Energie steht dir bei. Sie unterstützt dich, sie kräftigt dich und sie schützt dich. Du bist gut behütet. Ja, meine Lieben. Wir gucken mal noch, ob es noch etwas aus der Seelenwelt heraus gibt. Beziehung, Verschwörung, nach Hause kommen, Gnade. Ich habe das jetzt hier schon gesagt. Ich habe das auch in den Monatsvideo, Monatsenergien ist es drin und in der Liebeslegung auch. Alle toxischen Beziehungen, alle destruktiven Beziehungen, alle negativen Beziehungen und Verbindungen, egal welcher Art zu anderen Menschen, werden jetzt aufgelöst. Die Karte dürfen von dir losgelassen werden. Lass sie gehen. Lass sie ziehen. Halte nicht fest. Kämpfe nicht darum. Bettel nicht. Alles, was sich da jetzt zeigt, darf gehen. Diese Karte gehört den Verschwörungen an. Da geht es darum, dass wir uns selber innerlich manchmal Verschwörungstheorien aufbauen über unseren Egoverstand. Das ist das falsche Denken, dass man glaubt, eine bestimmte Beziehung unbedingt zu brauchen. Einen bestimmten Menschen unbedingt in seinem Leben haben zu müssen, weil man anders nicht klarkommt, nicht glücklich sein kann und so weiter und so fort. Auch das darf sich jetzt hier auflösen in diesem Quantensprung. Lass es zu. Gehe nicht in den Widerstand, wenn dieser Prozess anrollt. Lass es zu. Gebe dich dem Prozess hin. Und das Geschenk, die Gnade ist, dass du ein Gefühl in dir finden wirst, nach Hause zu kommen. Ankommen. In dir selbst. Bei dir selbst. In deinem Herzen. In deiner Seele. In deiner Schönheit. In allen deinen Qualitäten und Fähigkeiten. In dem Erkennen, was für ein wunderschöner, liebevoller, liebender, brillanter Seelendiamant du bist. Komme an in dir. Komme nach Hause. Zurück in dich. Werde eins mit dir selbst. Werde ganz. Ganz sein ist heil sein. Heil sein ist gesund sein. Mehr gibt es nicht zu sagen, meine wundervollen Seelen. Ich liebe euch. Ich segne euch. Ich freue mich so. Ich bin total happy über die Energien, die kommen. Ich bin jetzt schon. Ich habe es natürlich schon im Vorfeld auch gefühlt. Deswegen habe ich dann auch zielgerichtet, einen Tag später das Video aufgenommen mit den Monatsenergien. Es wird super. Egal wie turbulent es jetzt auch wird im September. Es wird super geil. Köstlich. Fürs euch. Fürs euch. Ich bin Shawn. During Twitter. Lieblings. Fürs euch. Fürs euch. Vielen Dank.